So und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einem kleinen Infovideo, liebe Leute, zur späten Stunde hier am Montagabend. Das Video kommt eigentlich mal vielleicht so 21, 22 Uhr online mal gucken. Und zwar geht es darum, man kann es vielleicht im Titel schon lesen, es geht um Hot Wheels. Das ist ja eigentlich laut Uploadplan geplant, dass jetzt am Dienstag, also morgen und übermorgen, am Mittwoch eine Folge kommt. Dem wird beim Nichts so sein, denn erstmal Mittwoch, gutes Video zum Vorzerton, der nämlich morgen am Dienstag ist, das ist eigentlich dann normal, war bis jetzt auch immer so, dass ich die meisten Vorzertons mache. Und der ist jetzt halt in der Woche, also kommt das Video einen Tag später, ist logisch. Aber morgen könnte ja trotzdem Hot Wheels kommen, aber auch nur könnte, denn ich habe ein Problem, weder Micha noch Kai noch andere Leute können aktuell mit mir aufnehmen. Deswegen könnte ich heute übrigens jetzt theoretisch nur alleine aufnehmen, will ich aber nicht machen, denn ich habe ja glaube ich in der ersten Folge gesagt, ich will das hier im Koop durchspielen, das werde ich auch durchziehen. Deswegen werde ich eigentlich so lange Warten mit aufnehmen, bis jemand Zeit und Lust hat, mit mir das zu machen. Wenn ich bin eigentlich immer bereit, wenn ich so lange Zeit habe, davon habe ich sehr viel. Aber ich muss halt warten, bis halt andere wieder online kommen. Zum Beispiel Micha war jetzt die letzten drei Tage noch nicht mehr online, bis er ein wenig hinderlich ist, sage ich mal. Weil ich werde mit ihm aufnehmen wollte, aber gut, geht es leider nicht. Kai kann auch nicht, leider. Und andere Leute können nicht, haben das DLC nicht oder haben sich nicht bei mir gemeldet, obwohl ich sie angeschrieben habe. Schade, aber leider, Hot Wheels, tut mir leid, ich kann es auch nicht ändern. Aber vermutlich, ich denke mal, es wird es wieder Freitag und Samstag geben. Wenn nicht, werde ich noch was dazu sagen. Leute, danke fürs Zuschauen. Achso, es wird als Ersatz natürlich morgen eine normale Let's Play Folge geben. Das wird die Nummer, welcher ist es denn, ich glaube 115 oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 115 oder 16 war es. Mal schauen, ne? Dann bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss!